Moin, meine Freunde der Sonne und herzlich willkommen zurück zu Rhyme. Der erste Part ist überstanden und wir sind jetzt beim, naja, zweiten. Und hier gibt es so ein Rätsel mit einer komischen Kugel, die ich da rüber schmeißen muss und dann... Okay. Okay, ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, denn als ich das damals das erste Mal gemacht habe... Leute, ich habe die, glaube ich, 20 Mal rumgeschmissen. Keine Ahnung, warum das damals so lange gedauert hat. Und jetzt beim ersten Versuch gekloppt hat. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, uh, da ist der Spixchen. Foxy, Foxy. So. Ja, und da ist schon das nächste Rätsel. Denke ich mal. Hier ist nämlich auch wieder so eine geile Kugel. Geht die Tür zu. Na gut, das... Sollte ja nicht so schlimm sein. Okay, dann komme ich hier aber nicht mal hoch. Okay, jetzt lasst mich mal überlegen. Also die muss runter. Was passiert, wenn ich hier die nehme? Ach, da versch... Ah, okay, dann verschwindet hinten die. Okay, also... Auf jeden Fall muss hier mal eine Kugel hoch. Das war die mit der Tür. Genau. Ja, so geht die Kugel hoch. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein guter Anfang. Und jetzt müsste man nur noch... Hm. Nur noch hier dieses Teil nochmal runterkriegen. Und wie war das noch? Da gab's doch... Was ist hier das? Ja. Genau, jetzt dürfte ich ja theoretisch auch hier hochklettern können. Ja, genau. Bei mir geht das. Also... Kugel von da... Da drauf. Zack. Dann geht die Plattform da runter. Kann ich jetzt hier die Kugel nochmal nehmen. Da aufmachen. Müsste ich durchkommen. Das hört sich gut an. Das Klingeln. Da gucken wir doch mal. Zack. Oh, yes. Cool. Ah, und da ist ein Schlüssel. Da haben wir jetzt hier auch den zweiten Schlüssel. Muss man nur noch... Mal hier runterkommen. Naja, springen geht ja nicht, ne? Ah, da. Da geht's doch lang. Beine gebrochen. Scheißegal. So. Ja, und da hinten wieder dieser Rotmantel-Typie. Aber gut. Irgendwann finden wir für den auch noch Plätzchen. Oder eher die Lösung, wer das überhaupt ist. Verschwindet jetzt eh gleich wieder irgendwann mal. Wenn wir in die Nähe kommen. Auf jeden Fall so schwarze Leggings drunter, oder? Komischer Typ. Wahrscheinlich genau jetzt ist er weg. Ja. Genau. So ist es. Naja. So, und ansonsten, ähm, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, aber ich zocke im Moment immer noch ganz gern Arena of Vaila. Für das, ähm, naja, ist für Mobilgeräte. Also ich zocke auf dem iPhone 8. Ähm, läuft ganz gut. Also, es läuft ganz flüssig. Es läuft nicht gut. Ich bin in dieser Season wieder ein bisschen zurückgerutscht. Also, man wird, ich war vorher Platin 4 oder so, also, so lala. Bin dann runtergerutscht auf Gold 4, glaube ich. Und mittlerweile bin ich tatsächlich auf Silber 1 wieder runtergerutscht. Und es ist mir sehr unangenehm, darüber zu sprechen, muss ich tatsächlich sagen. Äh, also wenn ihr das Spiel auch zockt, lasst es mich gerne wissen, dann können wir mal zusammen spielen. Weil, ja, alleine ist, ja, ist echt hart, muss ich wirklich sagen. Es sind teilweise solche Anfänger mit dabei. Das macht dann einfach keinen Spaß. So. Ja, so langsam muss ich gestehen, hier schwindet dann auch die Erinnerung. Ich glaube, hier war ich tatsächlich. Also, ja, ist ungefähr, wie ich gesagt habe. Nicht ganz eine Stunde, äh, nach Netto-Spielzeit. So, die Frage ist ja, was passiert, wenn wir hier ganz oben sind? Und ich weiß, dass es noch, ähm, einen Gegner geben soll. Boah, mehr will ich da nicht verraten. Ich habe das mal in einem Stream gesehen. Aber, apropos Streamen. Ähm, ich streame ja auch gelegentlich. Ähm, manchmal über YouTube, manchmal über Twitch. Aus dem Grund, da ich noch nicht so sicher bin, ähm, ja, wie ich, wie ich gerne streamen möchte. Alter, wie krass ist das denn? Ich kann hier einfach die Tage einstellen. Also, die Tageszeit. Krass. Ja, also, mit dem Stream bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig. Ähm, ist aber auch ein bisschen, oder liegt auch ein bisschen daran, dass mir ja niemand wirklich zuschaut. Ah, und hier muss ich mich wahrscheinlich drauf stellen. Krass. Schöne Idee. Schönes Rätsel. Fällt mir. Ja, bei YouTube habe ich ein bisschen, ein bisschen mehr Zuschauer. Das liegt aber daran, dass ihr ja alle so eine ätzende Benachrichtigung bekommt. Wahrscheinlich so, hey, Game of Thrones ist gerade live. Schau es dir an. Das ist natürlich für mich immer ein bisschen cooler, wenn Leute zuschauen. Aber ansonsten, ähm, ihr könnt mir natürlich auch gerne auf Twitch folgen. Ähm, den Link dazu. Das packe ich euch in die Videobeschreibung. Das ist, äh, Donatis92. Da, ähm, so müsstet ihr mich eigentlich finden, glaube ich. Also hier war ich definitiv nicht. Auf keinen Fall. Da... Ich habe gar keine Erinnerung an diese Stelle. Hm. Was ist da passiert? Ach, da ist ein Durchgang. Okay. So, jetzt wird es ein bisschen dunkel. Ich weiß nicht, hört ihr eigentlich meine PS4? Weil, naja, ich finde die relativ laut, muss ich tatsächlich sagen. Aber im Moment geht es noch. Im Moment geht es wirklich noch. Gerade wenn ich jetzt ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen aufwendigere Spiele spiele. Ey, das ist super. Boah, also da habe ich echt das Gefühl, manchmal das wegfliegt. Oder jeden Moment wegfliegen könnte. Ich habe letztens COD gespielt. Warum komme ich hier nicht durch? Komisch. Da habe ich COD gespielt mit meinem Bruder. Und das war, boah, das war echt übel. Ich weiß gar nicht, welches das war. Black Ops 3, glaube ich. Das gab es ja jetzt auch Playstation Plus. Geschenkmäßig gab es das ja für nix. Was da eigentlich ganz cool ist. Finde ich. Machen wir mal grünes Licht draus. So. So. Das ist echt komisch gerade. Also die Map ist komisch angeordnet. Das will ich damit sagen. So. Ich bin ein kleiner Junge und mache Unsinn. Schreiewasen kaputt. Störe, Vase. Und da? Da geht es nicht lang? Nee. Gut. Dann weiter. Hier ist keine Vase mehr. Ich weiß nur nicht, wo ich das lang muss. Also. Gab es da jetzt noch mehr? Hm. Es muss ja irgendwo, muss es ja einen Weg, da nach oben geben. Oder, hä? Bin ich von hier gekommen? Ich glaube, ja. Ich glaube, von hier bin ich gekommen. Ja. Bestimmt. So. Dann gehen wir hier nochmal die Runde weiter. Vielleicht gibt es hier irgendwo noch was. Ah ja, da. Schau mal. Da sind ja noch zwei Waren. Okay. Aber hier geht es auch nicht weiter. Da ist ein Winding drin. Ah, okay. Okay, also ich verstehe schon. Der Wind, der lässt mich hier auf jeden Fall kein Feuer anmachen, weil normalerweise kann ich, glaube ich, auch Feuer anschreien. Also, anmachen durch den Schrei. Okay, ich muss mal gucken, ob wir... Aber da komme ich auch, glaube ich, nicht drüber. Nee, noch nicht. Okay, dann gucken wir mal. Da ist der Wind auf jeden Fall. Ja. Der geht da rein. Wäre natürlich super, wenn ich jetzt hier irgendwie was finden würde, um das zuzumachen. Na ja, und da der Mantelmann. Guck mal. Oh Gott. Oh, ein anderes Lied. Ist ja auch interessant. Da geht's nicht weiter. Da auch nicht. Da ist aber was. Oh Gott. Das sieht so schön aus. Bleiben die auch an? Ja. Ich weiß auch nicht, aber auch nicht, ob sie anbleiben, wenn ich nicht singe. Ist ja auch egal. Ich singe einfach mal. Oh, da hinten ist noch einer. Boah, wenn die Nacht, wenn die Nacht der ganze Boden dann leuchten sollte. Ey, das wäre ja so geil. Passiert bestimmt auch. Kann ich mir gut vorstellen. Aber das sieht dann bestimmt so hübsch aus. Ja, hier geht's Treppen runter, aber dann komme ich nicht mehr hoch. Deshalb lasse ich das mal. Oh, das war knapp. Gucken wir jetzt erstmal, wie viel wir davon anmachen können. So, da ist nichts mehr. Aber da geht's noch weiter. Hmm. Schauen wir mal, wo die nächste ist. Ich glaube, da haben wir schon noch ein bisschen Weg vor uns. Bleibt hier an. Jo, bleibt an. Cool. Dann müssen wir ja gar nicht singen. Und da geht es nicht lang. Aber hier. So, und dann da rechts noch eine. Hier sind wir reingekommen. Und dann müsste man eigentlich alle haben, dachte ich. Nee. Fehlt da noch eine. Gehen wir noch eine Runde. Schauen wir mal. Oh ja. Da hinten ist noch eine. Aber ich denke, das müsste dann aber auch gewesen sein, oder? Nee. Immer noch nicht. Da muss ich die doch alle ansehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Die leuchten dann ja nur ganz kurz. So ein bisschen auf. Aber das war es ja dann auch. Ich weiß es nicht. Da sind wir jetzt die Runde wieder durch. Okay, also ich habe jetzt sonst keine mehr gefunden. Vielleicht müssen wir dann doch den Weg in der Mitte da mal runter. Lass mal gucken, wie ich da nochmal hinkomme. Ich habe jetzt auch keine Lust hier ständig hin und her zu laufen. Wir sind jetzt ein, zwei Runden gedreht. Ich glaube, das reicht auch. Gehen wir hier noch einmal rum. Jo, neischt. Gut. Dann ab. Runter mit dir. Spring, mein Bub. So, und jetzt. Ah, da geht es nicht lang. Okay, dann müssen wir wohl hier rechts rum. Und hier sind auch wieder überall Flammen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt was bringt. Aber ich mache es einfach mal. Stopp. Da ist noch eine Flamme. Okay. Also da haben wir wahrscheinlich noch ein bisschen was zu tun, wenn wir hier ganz nach oben wollen. Was wir wahrscheinlich auch müssen. Ja, und du stehst natürlich ganz oben. War ja klar. Warte ruhig. Warte bloß nicht auf uns. Warte bloß nicht. So. So, und da unten haben wir Wasser. Ich glaube, das ist nicht so gut, wenn wir uns springen. Aber ich verstehe auch nicht so ganz den Sinn. Also was bringt das? Ich weiß nicht. Wenn ich jetzt hier rufe, wird es blau. Okay. Cool. Aber was bringt das? Ich meine, es ist ja jetzt hier gelb. Das Einzige ist ja nur, dass es dann farblich... Oh. Hoppla. Das ist... Das ist dann farblich irgendwie gleich aussieht. Aber... Ich habe jetzt... Ich meine, man sieht ja hier nicht mal da unten diese... Ich weiß nicht, wie man das nennt. Diese leuchtenden Schriftzeichen oder Bilder. Sieht ein bisschen aus wie so Höhlenmalerei. Nicht mal die ändern die Farbe. So. Und du bist jetzt... Okay. Gut. Ja, das bleibt jetzt einfach mal... Orange. Oder gelb. Hä? Jetzt gibt's ein... Wahrscheinlich, wenn man so und so viele Flammen angemacht hat. Aber vielleicht war es das auch schon. Also vielleicht ist genau das... Ja, das ist echt mies. Ach nee, okay. Das sah so aus, als könnte man da runterfallen. Ja, auch hier das mit dem ganzen... Sand und so. Das erinnert mich auch wieder sehr stark an. Und Schöne. Hm. 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 Ja, jetzt... Sind wir in einer Wüste oder sowas in der Art? Das könnte auch eine Eiswüste sein, aber... Weiß nicht. Wahrscheinlich so eine... Sandige... Wüste. Oder? Nee, doch eher Eis. Das muss Eis sein, aber dann... Müsste kalt sein. Hm. Vielleicht kriegen wir das irgendwann noch raus. Nimm dir den Kittel. Ach, Mann. Wirklich. Ladebildschirm. Toll. Jo, aber... Ist jetzt bisher nicht so schlecht, das Spiel. Bin mal gespannt. Also... Die Rätsel... Ja, normal würde ich sagen, könnten schwerer sein, aber... Ähm... Ja, beim ersten Mal... Hab ich echt schon ein bisschen länger gebraucht. Bei Zelda bin ich mittlerweile ganz gut mit den Rätseln. Aber das spiele ich auch schon sehr lange. Die sind häufig ähnlich aufgebaut. Insofern... Ja... Aber hier, das ist wieder eine andere Art. Eine andere Art Rätsel. Es ist nicht so... Ja... Nicht so einfach dann. Hm. Was sind das hier für Kameraden? Oh Gott. Ist das Schlimme nicht in die Rätsel? Ich laufe die jetzt alle um. Oha. Ich weiß halt nicht, ob das schlimm ist, wenn ich die kaputt mache. Aber es... Ich sag mal, diese lilanen Wolken... Äh... Nebel... Oder was auch immer das ist. Es sieht natürlich nicht so gesund aus. Aber... Da ich ja eh keinen Schaden bekomme. Außer Fallschaden. Und der tötet mich direkt. Wenn es... Wenn er zu hoch ist. Ist es eigentlich auch egal. So, und da war gerade... Das Nadewild schon. Also, nicht Ladebildschirm, sondern der Kringel hier oben. Das Lade-Icon. Da ist der Fuchs. Hm. Also hier kann ich nicht rufen. Also hier kann ich nicht noch... Oh, ich weiß nicht. Äh... Ah, da muss ich oben drüber vorbei, ja, gut. Aber hört ihr das? Da hat mir doch irgendwas Atmen zwischendrin so. Ah ja, da oben. Das ist doch schon so ein Atemflugsaugel hier, oder? Ich ahne Böses. Oh ja, was schreist du denn so? So, da haben wir wieder eine Kugel. Kann ich wieder... ja. Stimmt, hier ist eine Sonne drauf, oder? Achso, ja, genau. Mit dem Schatten, so. Oh je. Da ist er schon, der Vögel. Trotz der Vögelstraße. Ja, toll, jetzt hat er hier die Tageszeiten-Kugel geklaut. Bleibst du immer Tag, oder? Hab ich jetzt nur keinen Einfluss mehr drauf? Kann natürlich auch sein. Ja. Ja. Das war's für heute. Okay, also im offenen Feld sieht er uns, aber wir müssen wohl in schattige Gebiete. Jetzt ist natürlich die Frage, wo wir letztlich hin müssen. Ich gehe mal, oh, ich gehe mal davon aus, dass das da hinten irgendwo sein wird. Mal gucken, ob das da reicht. Jetzt nehmen wir mal runter. Hm, genau. Hm. Ja. Okay, also hier müssen wir den Schlüssel reinmachen. Gut, aber so weit sind wir ja noch gar nicht. Oh weh. Hat dann doch gereicht. Wow. Ja toll. Toll, jetzt haben wir hier Licht angemacht. Müsst aber doch wieder da raus. Es ist irgendwie ein bisschen doof, dass es keine Karte gibt. Also finde ich tatsächlich, weil, ja. Ich latsche jetzt hier komisch rum. Ich bin nicht vorbei und verstecke mich hier vor diesem Typen. Oder vor diesem Flattervieh. Oh. Okay. Okay. Was ist dein Plan? Ja, okay. Geht ja in die Richtung, in die ich schreien lasse. Ja, das ist doch ganz cool. Dann kann ich jetzt hier weiter. Ja, das ist aber komisch. Also da ist der Schlüssel. Der Schlüssel zum Glück. Jetzt muss ich noch hier rauskommen. Okay. Also mit Blitzen. Irgendwie muss ich diese Windräder anmachen und den Vogel mit Blitzen kaputt machen. Ich glaube, das ist so der Trick. Ich weiß es ja nicht. Was ist der Lang hier? Ich weiß, dass der jetzt wieder vorbeikommt. Kommt der E. Aber da hinten muss ich nach. Gefahr, Gefahr, Gefahr. Ja, der Schatten ist mein Freund. So, steck das Ding da rein und ab dafür. Und an dieser Stelle, meine Freunde, machen wir eine Pause. Wir haben jetzt 37 Minuten aufgenommen. Ich glaube, das reicht auch. Oder 38. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Und ja, ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr gerne noch nachholen. Einfach auf den Button drücken. Kennt ihr ja. Kostet nichts. Und ja, würde mich freuen. Ansonsten Daumen hoch gerne. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.